So, vor dem nächsten Gespräch muss ich mal erst... Oh, wie fies, du bist so gemein. Das tut jetzt mal so richtig gut. Guten Morgen, Martin in Twistringen. Ja, guten Morgen, ich liebe euch auch, ja. Martin hat uns eine Mail geschrieben über den Studio-Button auf brem4.de und darin hast du was geschildert, Martin? Ja, ich höre jetzt mit dem Rauchen auf, beziehungsweise ich habe aufgehört oder bis jetzt ist es ja noch unterbrochen, ich weiß es auch nicht. Ach, ich bin ja so, ach, ich habe am 30.12. meine letzte Zigarette geraucht und ja, das ist heute durchgehalten. Heute ist dein dritter Tag ohne Zigaretten. Ja. Das ist doch schon was. Also wenn die ersten zwei Tage überstanden sind und nicht jemand viel gemein vor einem rumpafft, wie der Juck das gerade tut. Man kommt so richtig runter, Martin, man wird so richtig, man ist so... Du wirst mir immer sympathischer, du wirst mir echt immer sympathischer. Wenn es in den Zähnen kribbelt, dann weiß man, ah, jetzt hat der Tag erst richtig begonnen für mich. Sag mal, wie wirkt sich das bei dir aus, dein Entzug, Martin? Ja, im Moment geht es mir gar nicht so gut, ich habe echt Speisausbrüche, das ist wirklich so. Echt? Also ich habe ja so 30 bis 40 Zigaretten am Tag geraucht und davon dann so gleich auf null runter, das ist schon heftig. Was ist denn mit Nikotinpflaster oder Nikotinkaugummi oder sowas? Nee, nee, ich will das so schaffen. Und irgendwelche anderen oralen Ersatzbefriedigungen, was weiß ich, Lollis oder Lakritzstangen? Ja, ich habe hier Kaugummis liegen und so, aber ansonsten nichts großartig, nee. Ach, weißt du, Martin. Ich versuche mich halt so abzulenken, ich habe jetzt meine ganzen Vorhänge abgenommen und Gardinen abgenommen, in die Waschmaschine gepackt und so. Ach, weißt du, Martin, ich habe früher auch so viel geraucht wie du, aber 40 am Tag, aber immer nur nach dem Sex. Und du weißt, hast du mitbekommen, was Juxvorsatz für dieses Jahr ist, Martin? Äh, nee. Juxvorsatz für dieses Jahr war, sag es nochmal, Jux. Weniger Sex. Das heißt ja dann auch weniger raufen, oder? Ja, deswegen kann ich nur noch hier in der Sendung ab und zu rein. Martin, wir drücken dir natürlich die Daumen und werden, oft hilft ja der öffentliche Druck. Jetzt bist du ja bekannt, sollen wir mal Vor- und Zunahmen sagen? Das macht es für dich einfacher, weil du dich ja sonst blamierst, wenn dich jemand erwischt. Äh, ja, stimmt, ne? Martin Stricker, jetzt haben wir es gesagt. Aus Twistringen. Aus Twistringen, raucht nicht mehr. Solltet ihr Martin Stricker aus Twistringen mit einer Zigarette erwischen und fotografieren, uns bitte das Bild schicken, dann kriegt der, der das Bild schickt, einen Preis. Und du stehst dumm da. Reicht dir das? Ist das genug öffentlicher Druck? Ja, das ist perfekt. Ja, ich danke dir. Martin, auch wir werden dranbleiben und täglich bei dir nachfragen, wie es denn jetzt aussieht, ne? Also du kannst jetzt nicht wieder anfangen zu rauchen, ist klar. Ja, ist okay. Martin, schüttel nochmal den Teppich aus, guck, ob da noch ein paar Tabakreste liegen und dann saug sie weg. Nicht eins, sondern saug sie weg. Ach so, ja. Ja, ich werde es versuchen. Alles klar. Okay. Martin, dir alles Gute? Wir bleiben am Ball, ne? Ja, ja, ich schaff das. Ich schaff das. Klingst auch so. Ich schaff das. Wirst du überzeugt davon? Das wird schon. Alles Gute, Martin. Ja, vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, und ich muss eben noch der Vollständigkeit halber sagen, dass Juck jetzt hier eine raucht, heißt nicht, dass wir hier eben, ne? Ne, das heißt es nämlich nicht. Ach so, nein. Nein, nein, nein. Wem für morgen schon? Ja, so meinst du. We've been waiting for the sun, we've been waiting for the sun to come out and play.